Hallo bei Glückskinder, der Podcast für bedürfnisorientierte Eltern und starke Kinder. Ich bin Yvonne George, Diplom-Sozialpädagogin, Bindungspädagogin und Traumapädagogin. Ich begleite dich bei deinem Familienabenteuer. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zum Glückskinder-Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich total. Ja, die letzten beiden Wochen ist ja nichts los gewesen hier im Glückskinder-Podcast. Und da ist es ausgefallen, weil ich die letzten drei Wochen im Urlaub war. Und zwar waren wir in Thailand, in Koh Phangan. Und das war so, so schön und so inspirierend. Und was mir in der Zeit ganz oft begegnet ist, ist das Thema Glaubenssätze. Und das ist auch der Grund, warum ich heute diese Folge zum Thema Glaubenssätze aufnehme. Und am Ende der Folge habe ich noch eine kleine Überraschung für dich und eine Idee, die ich gerne mit dir teilen will. Deswegen bleib gerne bis zum Schluss dran. Und ja, jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Also starten wir gleich mal rein in das Thema. Glaubenssätze sind Gedanken und Überzeugungen, wie der Name schon sagt. Es sind Glaubenssätze, also Dinge, woran du wirklich glaubst, wovon du tief überzeugt bist. Und das ist für dich die Wahrheit. Das sind Gedanken, die immer wieder gedacht werden und Überzeugungen, die immer wieder gemacht werden. Und du siehst durch diese Wahrnehmungsbrille, Glaubenssätze sind dafür verantwortlich, wie wir unser Umfeld bewerten und wie wir auf Ereignisse reagieren. Und gemäß deiner Glaubenssätze nimmst du auch die Wirklichkeit wahr. Und diese Wahrnehmung kann in den Augen anderer auch befremdend sein oder nicht sinnvoll, weil das für jeden einzelnen Menschen gilt. Also jeder einzelne Mensch hat sozusagen seine eigene Wahrnehmungsbrille. Und deine Realität, also das, was du in deinem Leben erlebst, wird durch deine Wahrnehmung erschaffen. Ja, also durch dein Bewusstsein und durch deine Wahrnehmung, die du, du nimmst ja das Außen durch deine eigene Wahrnehmung auf. Und deine Wahrnehmung ist der Projektor sozusagen, der alle Dinge und Ereignisse in deinem Leben erschafft. Und dieser Projektor durchläuft einen Filter, also deine Wahrnehmung geht durch so eine eigene Brille durch, durch einen Filter durch. Und dieser Filter sind deine Glaubenssätze, ja. Also rein theoretisch bist du ein grenzenloses Wesen und kannst alles erschaffen, was du in deinem Leben möchtest, wenn das jetzt die Beziehung zu deinem Kind ist oder wenn du nie in deiner Familie erschaffen möchtest. Wenn du Karriere machen möchtest in deinem Beruf oder dich selbstständig machen möchtest, egal was. Welche Wünsche, alles, was du manifestieren willst in deinem Leben, durchläuft diese Brille der Glaubenssätze. Und die Glaubenssätze sind sehr oft unbewusst und halten dich dann zurück. Weil wenn das, woran du glaubst, dem widerspricht, dann wird es schwierig, diese neue Realität zu erschaffen und durch diese Transformation zu gehen. Weil wenn du davon überzeugt bist zum Beispiel, dass du nicht gut genug bist oder dass du vielleicht eine schlechte Mama, ein schlechter Papa bist oder dass du irgendwie niemals alles richtig machen kannst. Wenn du denkst, ja, ich bin einfach so, ich kann das einfach nicht, ich bin einfach ein aufbrausender Mensch, ich bin nie genug oder ich kann das nicht, es gelingt mir einfach nicht, ich bin gestresst, ich habe so viel zu tun. Das sind alles Glaubenssätze, also alle Gedanken, die du so beobachten kannst, schau die dir gerne mal an. Ich empfehle dir immer, so ein Tagebuch zu führen mit so Gedanken, die du hast, weil wenn du so frei schreibst, dann kannst du die Gedanken super beobachten. Und vielleicht hast du sogar schon mal ein Tagebuch geführt oder irgendwie gejournalt. Dann schau dir doch gerne mal an, was da so drinsteht. Und das sind deine Glaubenssätze, das sind deine Überzeugungen. Alles, wovon du überzeugt bist, alles, was dein Glauben entspricht, ist eben dieser Filter, der dich entweder bereichern kann oder behindern kann. Und dann kannst du ja mal schauen, was du dir wünschst und was gerade so deine Wünsche sind, deine Visionen sind im Leben für dich, für deine Familie. Und dann schau mal, wie die Realität aussieht. Wie weit bist du von der Erfüllung dieses Wunsches entfernt und was glaubst du, was sich davon abhält? Wie kann ich Glaubenssätze erkennen? Du kannst deine Gedanken beobachten und das kannst du für den Zeitraum von einer Woche mal machen, dass du alle Gedanken in einem kleinen Notizbuch festhältst und am Ende der Woche liest du dir mal durch, was du da so aufgeschrieben hast. Und zwar geht es eher darum, so in so einen Schreibflow zu kommen, versuch das nicht zu bewerten und versuch da einfach frei von der Leber weg zu schreiben. Und achte auch auf deine Gedanken und auf deine Sprache und das ist ja auch was, was wir in der gewaltfreien Kommunikation machen, im ersten Schritt der Beobachtung. Und wenn du damit Schwierigkeiten hast, eine Beobachtung zu formulieren, dann kann es auch ein Hinweis darauf sein, auf deine Glaubenssätze und auf deine Gedanken. Zum Beispiel kannst du mal schauen, was war die letzte Situation in deiner Familie, wo du eine Schwierigkeit hattest, wo du eine Krise hattest, wo du Streit erlebt hast. Und schau dir diese Situation mal an und dann kannst du mal schauen, was für Gedanken hattest du in dieser Situation. Du kannst auch auf die Verallgemeinerungen achten, wie zum Beispiel nie, immer oder jedes Mal. Das können Hinweise auf Überzeugungen, auf Glaubenssätze sein. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, wie kann ich denn meine Glaubenssätze ändern, wenn ich die jetzt schon herausgefunden habe. Das Ding ist, dass du ja felsenfest davon überzeugt bist. Also wenn du diese tiefe Überzeugung noch hast, dass es okay ist, vielleicht mit Belohnung und Bestrafung zu arbeiten. Einfach nur, weil du dir, ja, weil es einfach so ist, weil du dir das überhaupt nicht vorstellen kannst, dass es irgendwie anders geht. Dann weißt du, dass es noch eine Überzeugung ist und Glaubenssätze. Mit Glaubenssätzen erkennt man auch oft, wenn du eine andere Idee hörst, dass du dann einen inneren Widerstand bekommst. Weil deine Überzeugungen wollen dich ja auch, also dienen dir oder haben dir zumindest mal gedient. Die Frage ist, dienen sie dir heute noch oder eben nicht oder behindern sie eben deinen natürlichen Entwicklungsprozess. Und mit deinen Glaubenssätzen erschaffst du deine Realität und du kannst einfach mal schauen, die Realität, in der du dich gerade befindest, bist du mit der Realität zufrieden oder nicht? Und wo möchtest du dich weiterentwickeln? Was willst du? Was ist deine Vision für dein Leben? Was ist dein Wunsch für dein Leben? Und was glaubst du, hält dich davon ab? Und da kannst du zum Beispiel auch mal eine Schreibübung machen. Du kannst mal schauen, was du dir wünschst. Und dann die Gedanken beobachten, die dabei hochkommen. Also vielleicht denkst du dann, ich schaffe das sowieso nicht oder das ist viel zu schwer. Das dauert total lange. Dafür brauche ich total viel Geld. Ja, also alles Dinge, die dich davon abhalten könnten. Und dann kannst du dich fragen, warum? Warum, warum glaube ich das? Warum glaube ich das? Immer wieder schreibt mindestens fünfmal die Frage, warum? Also bist du zufrieden mit deiner aktuellen Realität? Und wenn nicht, schau jetzt mal, in welchem Bereich du dich weiterentwickeln willst. In welchem Bereich willst du verändern? In welchem Bereich in deinem Leben möchtest du transformieren? Womit bist du noch nicht zufrieden? Und dann darfst du mal schauen, was steckt dahinter? Warum glaubst du das? Oder was könnte dir dabei helfen, dass du dich veränderst? Dass du dieses Ziel und diesen Wunsch erreichst? Also wir alle, es geht jetzt nicht darum, die Glaubenssätze komplett aufzulösen, sondern es geht darum, deine Glaubenssätze dir bewusst zu machen und so zu verändern, dass sich deine Realität verändert. Und dass du diese Glaubenssätze in deinem Leben transformierst, die dir nicht dienen, die dich zurückhalten, die dich von der Erfüllung deines Traumlebens und deines Glückslebens abhalten. Und dann gibt es noch einen Unterschied zwischen Glaubenssätzen und Gewohnheiten. Die Glaubenssätze sind das, was du glaubst, von dem du überzeugt bist. Und oftmals sind die unbewusst, wie gesagt. Und daher ist es so eine Beobachtungssache, wie du in deinem Alltag damit umgehen kannst. Also das merkst du dann immer, wenn es zum Beispiel eine Krise gibt mit deinem Kind oder in deiner Partnerschaft. Da kannst du dann auf deine Glaubenssätze aufmerksam werden. Immer wenn irgendwas in deiner Realität stattfindet, was du nicht willst, was du doof findest, da und obwohl du eigentlich was anderes willst, wie zum Beispiel mehr Geld oder einen besseren Job oder mehr Frieden in deiner Familie und das nicht hast, das steckt dann immer in einem Glaubenssatz dahinter, der dich davon abhält, dieses Leben zu erschaffen. Vielleicht denkst du, du hast, wenn sich dieser Wunsch erfüllt, noch mehr Probleme. Ja, also vielleicht denkst du zum Beispiel, Geld ist was Schlechtes und nur böse Menschen haben viel Geld und sind korrupt oder so. Oder wenn ich jetzt mit meinem Kind bedürfnisorientiert kommuniziere, dann tanzt es mir auf der Nase rum, dann macht es, was es will und dann ist es nicht gut erzogen oder so. Also das können alles Hinweise darauf sein, warum du nicht das bekommst in deinem Leben, was du eigentlich möchtest, was du eigentlich in deinem Leben manifestieren willst, was dich zum Glückskind macht. Ja, und dann gibt es noch Gewohnheiten. Also in dem Moment, wo du dir den Glaubenssatz bewusst gemacht hast, also wo du dir bewusst gemacht hast, okay, das ist nur was, wovon ich irgendwie überzeugt bin, das muss aber gar nicht stimmen und du machst es trotzdem noch weiter. In dem Moment ist es kein Glaubenssatz mehr, weil du das dann ins Bewusstsein geholt hast. Und dann kann es ja sein, dass du trotzdem noch diese Gedanken hast, ich bin nicht gut genug oder ich schaffe das nicht oder ich kann das nicht oder whatever, ja. Dann ist es kein Glaubenssatz mehr, sondern eine Gewohnheit. Und Gewohnheiten sind Entscheidungen, die du triffst. Und das ist das, was ich dir jetzt auch in dieser Folge mitgeben möchte. Deine Gewohnheiten und deine Entscheidungen, dafür bist du alleine verantwortlich. Und du kannst auch anders entscheiden, ja. Du hast immer die Möglichkeit und immer die Macht, dich neu zu entscheiden, neu zu wählen. Und das kannst du zum Beispiel machen, indem du das, was du so gelernt hast über die ganzen Jahre, einfach wieder verlernst. In Anführungsstrichen, ja, ich weiß, es ist nicht so einfach oft, weil wir ja unsere Gewohnheiten, wie der Name schon sagt, tagtäglich machen. Also wenn du vielleicht schon angefangen hast, dich mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation zu beschäftigen, dann weißt du, dass es am Anfang eine Herausforderung sein kann, dass es sehr holprig sein kann. Einfach, weil du bestimmte Gewohnheiten hast. Und was ich gelernt habe auf jeden Fall in der Zeit ist, dass ich mich selbst sehr oft dafür verurteilt habe, wenn ich was in Anführungsstrichen Falsches gesagt habe. Weil ich dann dachte, das ist nicht gewaltfrei oder das entspricht nicht der gewaltfreien Kommunikation. Und habe dann gemerkt, dass es Teil auch dieses Glaubenssystems ist, von richtig und falsch. Und wenn du was Falsches machst, dann wirst du eben bestraft, dann wirst du kein guter Mensch. Und dann bist du wertlos oder sowas, ja. Also das heißt, in dem Moment, wo du anfängst, auch mit dich, dich mit der gewaltfreien Kommunikation zu beschäftigen, indem du dich dafür entscheidest, dich bedürfnisorientiert zu verhalten oder bedürfnisorientiert zu denken, werden dir ganz, ganz viele Sachen auffallen, die du gelernt hast. Und es geht, also der Trick ist jetzt dabei, selbst wenn du dich dafür verurteilst, dir das einfach bewusst zu machen, ja. Und das alles ist Teil von einem ganz großen System, wo wir einfach alle hineingeboren sind. Wir sind alle in diese Dualität hineingeboren von dieses richtig und falsch und gut und böse Denken. Und schon in der Kindheit wird uns ja beigebracht durch die ganzen Filme, Märchen, Trickfilme, Geschichten, die wir hören, dass es gut und dass es böse gibt. Und dass es wünschenswert ist, gut zu sein, ja, weil die Bösen natürlich bestraft werden und niemand möchte der Bösewicht sein in dem Film des Lebens. Und daher machen wir dann alles, wovon wir denken, dass wir dann ein guter Mensch sind. Zum Beispiel, ich mache das, was meine Mama sagt, dann bin ich gut. Oder, ja, ich mache das, was meine Lehrerin, meine Erzieherin sagt, dann bin ich ein gutes Kind. Wenn ich das nicht mache, werde ich ausgestimmt, vielleicht auch bestraft. Und das sind so Sachen, die ganz, ganz tief verwurzelt sind in jedem Menschen. Vielleicht nicht in jedem Menschen, aber zumindest in unserer Kultur. Und dann dürfen wir schauen, was wir davon verlernen wollen, was uns eigentlich daran hindert, in die Fülle zu kommen. Genau. Und worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist, dass mir das dann aufgefallen ist, dass ich in diesem Richtig- und Falschdenken immer noch gefangen war. Und dass es sozusagen in der Sache liegt, ja, also in diesem System, also systembedingt ist, diese Denkweise zu haben. Weil ich irgendwie auch nicht wusste, wie das anders geht, ja. Also wie ich rauskomme aus diesem Kampfdenken, Kampfmodus. Und da hat mir die bedürfnisorientierte Haltung auf jeden Fall total geholfen. Und ja, also meiner Erfahrung nach ist es was, was nicht von heute auf morgen geht, aber es ist eine super spannende Reise. Und ich lerne auf jeden Fall täglich neue Dinge über mich. Und bis hin zu dem Thema Glaubenssätzen und Gewohnheiten, dass diese Sätze und diese Überzeugungen und alles, was wir so tun tagtäglich, ist ja auch was, was du durch die gewaltfreie Kommunikation lernst. Weil es geht ja dann darum, eine Strategie zu finden, die das Bedürfnis erfüllt. Und dadurch schauen wir schon automatisch mehrere Optionen an. Ja, also wir gehen weg von diesem, ja, so muss das jetzt sein. Das ist jetzt genau das eine Ding, was mir dieses Bedürfnis erfüllt, meinetwegen Bedürfnis nach Unterstützung. Es muss jetzt so sein, dass du jetzt abwischst oder dass du jetzt den Müll runterbringst. Ansonsten unterstützt du mich nicht. Sonst bin ich halt sauer. Sonst denke ich, du bist faul oder du willst mich nicht unterstützen. Und indem wir uns mit der gewaltfreien Kommunikation auseinandersetzen, kommen wir automatisch darauf, dass wir eigentlich ganz viele Optionen haben und ganz viele Wahlmöglichkeiten haben und dass wir Entscheidungen, freie Entscheidungen treffen wollen. Und dadurch, also indem du dich mit dieser Sache beschäftigst, ja, indem du schaust, was sind denn jetzt eigentlich meine Überzeugungen, ja, das spiegelt sich in deinem Alltag, in deiner Realität wieder. Wo sind meine Wünsche noch nicht erfüllt? Auch da kann wieder ein Glaubenssatz dahinter stecken, ja. Also das lohnt sich auf jeden Fall, da mal tiefer reinzugehen und reinzudeiven. Also, ne, du hast ja irgendwann mal nicht gewusst, wie man sich die Schuhe zubindet. Dann hat dir das irgendjemand gezeigt und so hast du dir dann die Schuhe zugebunden, so wie du das gelernt hast. Und das ist jetzt so und das funktioniert. Und wenn dir jetzt jemand sagt, es gibt noch einen anderen Weg, um die Schuhe zuzubinden, dann ist das gut und schön. Aber du hast ja deinen Weg gefunden. Es kann aber sein, dass das total umständlich ist und total schwierig ist, wie du das machst und du ständig hinfällst dadurch, ja, so wie du das gelernt hast. Dann lohnt es sich, einfach mal zu schauen, okay, vielleicht lerne ich einfach mal was Neues oder ich benutze das jetzt nicht mehr, dieses Tool, was ich damals gelernt habe. Und schau mir jetzt einfach mal was Neues an, was mir vielleicht mehr dient, was einfacher geht. Als Kind hast du ja deine Eltern beobachtet oder die Personen, wo du aufgewachsen bist. Und du hast gelernt, wie man mit Krisen umgeht vielleicht oder wie man, ja, wie so Beziehungen stattfinden. Also es kann natürlich sein, dass du das damals als Kind doof fandest und auch heute noch doof findest. Aber du machst es genauso, weil du das so gelernt hast, ob dir das gefällt oder nicht. Und deswegen ist es so, dass du auch gerne die alten Verhaltensweisen, die dir nicht mehr dienen, verlernen darfst und stattdessen neue Strategien lernst, wie du eben dein Leben zu einem Geschenk machst für dich selbst und für die, die mit dir zu tun haben. Wenn du jetzt diese Folge hörst, schreib dir einfach mal deine Wünsche auf, die du hast, deine Vision, die du hast. Was möchtest du in deinem Leben erschaffen und was glaubst du hält dich davon ab? Und das darfst du einfach mal alles dir durch den Kopf gehen lassen. Vielleicht ist dir auch gerade schon was eingefallen. Schreib das gerne auf. Also mir persönlich hilft das immer, das aufzuschreiben, deswegen sage ich das so oft. Und genau dadurch, dass ich mich jetzt in den letzten Wochen so viel mit diesem Thema beschäftigt habe und immer wieder in meiner Realität beobachte, wie was für ein großes Gewicht, was für einen großen Stellenwert diese Glaubenssätze einfach haben, die wir in uns tragen, ist es mein Herzenswunsch und meine Idee, dass wir einfach die Fähigkeit erlangen, unsere Gedanken und unsere Glaubenssätze ein bisschen näher zu beleuchten. Und dass wir Tools bekommen oder Fähigkeiten bekommen, die uns wieder ermächtigen. Also stell dir vor, du weißt genau, wie du das machst, wie du dein Wunschleben erschaffst. Und wie du das, was dir nicht dient, einfach loslässt. Stell dir vor, du bist glücklich in deinen Beziehungen. Deine Beziehungen sind richtig erfüllend und fühlen sich so warm und wohlig an. Du bist getragen von Liebe und von Vertrauen und von Fülle. Ja, du kannst die Fülle auch in dein Leben holen. Dafür ist es wichtig, zu wissen, wie du das machst. Wie kann, was steht da, was steht dem Ganzen im Wege? Ja, was hält mich davon ab, genau mein Wunschleben, mein Traumleben zu erschaffen? Vielleicht steckt ja auch der Glaubenssatz dahinter. Ja, das ist, das Leben ist nun mal schwer. Ja, also so ein Grundglaubenssatz übers Leben, dass das Leben halt schwer sein muss oder dass das Leben ein Struggle sein muss. Und wenn ich glücklich bin und wenn es mir gut geht, dann mögen mich die anderen vielleicht nicht mehr, weil ich dann so positiv bin oder sowas. Also ich weiß nicht, was dein Glaubenssystem ist. Fakt ist, dass wenn du deine Realität jetzt gerade, also gerade nicht zufrieden bist mit deiner Realität, dann ist dafür dein Glaubenssystem verantwortlich. Ja. Und deswegen, jetzt kommt's Trommelwirbel. Das war kein Trommel, das waren noch meine Finger auf dem Tisch. Möchte ich einen Workshop anbieten, wie wir Glaubenssätze verändern und, also Glaubenssätze erstmal erkennen und verändern können. Und zwar so, dass sie uns in unserem Leben dienen. Und es wird ein Online-Workshop sein und das Datum steht noch nicht fest. Wow. Ich denke, das werde ich, vielleicht schaffen wir es noch im Juni, vielleicht wird es aber auch erst im Juli. Jedenfalls in den nächsten Wochen wird es diesen Workshop geben. Und wenn du wissen willst, wann das ist, dann folg mir gern. Entweder du trägst dich in meinem Newsletter ein. Und zwar verlinke ich den in den Shownotes oder, also du gehst einfach auf meine Website www.ivonnegeorge.de slash Newsletter. Und da kannst du dich eintragen. Und dann schreibe ich dir auf jeden Fall eine Mail, wann der Workshop stattfindet. Und du bekommst auch noch mein E-Book zum Thema gewaltfreie Kommunikation mit Kindern. Wenn du das jetzt hörst und du bist schon in meinem Newsletter, dann brauchst du jetzt gar nichts machen. Dann bekommst du die Mail sowieso mit dem Datum. Ich werde mir die Woche mal Gedanken machen, wann ich diesen Workshop geben will. Oder wenn du dich nicht eintragen willst im Newsletter, dann kannst du mir auch auf Instagram folgen. Und zwar ist mein Instagram-Profil at yvonnegeorge.de. Also yvonnegeorge zusammengeschrieben und dann .de. Und da werde ich das auf jeden Fall auch bekannt geben. Wahrscheinlich eher kurzfristig. Und ja, also wenn dich das jetzt angesprochen hat, wenn du denkst, ja, ich habe richtig Lust darauf. Dann trag dich gerne in meinen Newsletter ein oder folg mir auf Instagram. Also ja, und schreib mir gerne deine Gedanken zum Thema Glaubenssätze und Überzeugungen. Und was sind deine Wünsche, deine Visionen im Leben? Und was denkst du, warum du die noch nicht erfüllt hast? Also schreib mir gerne eine Mail, kontaktatdyvonnegeorge.de oder gerne auch auf Instagram. Ich freue mich auf dich und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Dir hat die Folge gefallen? Unterstütze mich gerne, indem du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes darlässt und folge mir auf Instagram at yvonnegeorge.de. Damit hilfst du mir, auch weiterhin wertvolle, kostenlose Inhalte für bedürfnisorientierte Eltern und starke Kinder bereitzustellen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.